Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Goldsheim. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 90 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1950 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.